Okay, Zombie-Basketball, ja. Und zwar dribbelt ihr ja hier alle, dribbelt ihr hier in diesem halben Feld und wer jemand anderen den Ball wegschlägt, der hat jemanden den Ball weggeschlagen und der bleibt drin. Wenn man den Ball verliert, dann muss man sich denjenigen merken, der einem den Ball rausgeschlagen hat und man muss an die Seite hier, muss an die Seite und die ganze Zeit muss man hochgucken, ob der abgeschlagen wird und immer Handwechsel machen. Immer Handwechsel, die ganze Zeit über. Und so lange, bis der wieder abgeschlagen wird. Ja, ihr dürft auch Tipps geben und so. Und dann kommt man da wieder rein? Man kommt wieder rein, wenn derjenige abgeschlagen ist, der den Ball verloren hat, der einem selber den Ball geklaut hat. Ja? Nur im halben Feld. Los geht's! Musik Okay.